Guten Abend, liebe Break-Freunde! Freitag, 2. Dezember 2016. Das zweite Türchen des PCS Adventskalender Breaks ist fällig. Heute geht es um eine Box 2014-2015 OPG Platinum. Das ist also die Box, die heute auf dem Programm steht. Ich sehe reges Live-Publikum. Ich begrüsse Reto, Dario, Andreas und Christoph. Hallo zusammen und viel Spass beim Live-Break. Wir kommen ohne grosse Umwege gleich zum Randomizer und werden zuerst die Reihenfolge der Spots auslosen. Wie gewohnt, dreimal. Eins, zwei, drei. Wir haben heute auf 1 Dario Diemeck, auf 2 Minnesota Guzzi, auf 3 Patrick Fichte 88, auf 4 Martino 18, auf 5 Minnesota Guzzi, auf 6 Andu LGRW, 7 Andreas Mimo 9, auf 8 den Rooster Jens, auf 9 und 10 PCS. Dann auf 11 Britta Meister Yoda, auf 12 Martin 71, Dino, dann 13, 14 und 15 PCS. Auf 16 Oka Thorsten, 17 Ruedi Korpriest, 18 SV Elversberg Matthias, auf 19 Christoph Sporty, auf 20 Danny Keller. Dann haben wir auf 21 Rolli, ein Weber, 22 PTS, 23 Wolfi, 24 und 25 PTS, auf 26 nochmal Rolli, auf 27 PTS, 28 Jochen, 29 und 30 Ruedi und 30 Reto. In der Zwischenzeit auch live dabei sehe ich Dino und Rolli. Herzlich Willkommen, sowie Beast7768, wer auch immer das ist, welcome on board. Wir sind bei den Teams, jetzt wird's spannend, dreimal Randomize, 1, 2 und ein drittes Mal. Wir haben auf 1 D-Mac Edmonton, 2 Minnesota Guzzi New Jersey, 3 Fichte 88 Carolina, 4 Martino mit den Columbus Blue Jackets, 5 den Minnesota Guzzi mit Calgary, 6 Andu Buffalo, 7 Mimo mit Montreal, 8 Rooster Winnipeg, 9 PTS Minnesota, 10 PTS die New York Rangers, 11 Meister Yoda Florida, 12 Dino Detroit, 13 PTS St. Louis, 14 PTS Dallas, 15 PTS LA Kings, 16 OK Pittsburgh, 17 Core Priest mit den Islanders, 18 SV Elversberg Colorado, 19 Christoph mit Nashville, 20 Dani mit Tempa, 21 Rolli San Jose, 22 PTS mit Ottawa, 23 Wolfi mit Anaheim, 24 PTS Washington, 25 PTS Philadelphia, 26 Rolli Arizona, 27 PTS Vancouver, 28 Jochen mit Boston, 29 Ruedi mit Chicago und 30 Reto mit Toronto. Soviel also zum Randomizer. Ich wünsche allen viel Glück und viel Spass, 2014, 2015 OPG Platinum. Here we go. Die 14, 15 Karten sind hinten noch nicht beschriftet. Das heißt, es ist so, dass ich da ein bisschen besser schauen muss. Und es vielleicht auch ein paar Sekunden länger geht. Wir starten mit einer Rookie Card Rainbow Version für die Anaheim Docs. Das heißt, es ist William Carlson. William Carlson für die Ducks. Das ist Platinum Rainbow. Wir haben eine Rookie Card für die Arizona Coyotes. Das heißt, es ist Brandon Gormley. Brandon Gormley. Brandon Gormley. Muss ich da mal schauen, wie es vom Licht her am besten aussieht. In etwa so. Und wir haben eine Rookie Signature für die Boston Bruins. Alexander Koklachev. Rookie Card für die St. Louis Blues. Jori Lettere. Und eine Rookie Retro Version für die Nashville Predators. Collie Yarncroc. Wir haben eine Rookie Card für die Edmonton Oilers. Leon Drei Seitel. Und eine Rookie Card Black Rainbow limitiert auf 100 für die Florida Panthers. Winten Troschek. Wir haben eine Rookie Platinum Retro Version für die Colorado Avalon. Jerome Iginla. Rookie Card für die Detroit Red Wings. Ryan Sproul. Und eine Rainbow Parallel für die Chicago Blackhawks. Brad Richards. Rookie Card für die San Jose Sharks Mirko Müller. Chris Tierney. Und eine Rookie Retro Rainbow Version für die San Jose Sharks. Chris Tierney. Rookie Card für die Tampa Bay Lightning. King Jonathan Drouet. Und wir haben eine Stanley Cap Champs Insert für die LA Kings. Anze Kopitar. Stanley Cap Champs Insert Anze Kopitar. Wir haben eine Rainbow Parallel für die Tampa Bay Lightning Ryan Callahan. Rookie Card für die Detroit Red Wings. Rookie Card für das Temu Pulkinen. Und eine Retro Version für die San Jose Sharks. Rookie Card für die San Jose Sharks. Rookie Card für die San Jose Sharks. Rookie Card. Rookie Card. Rookie Card. Rookie Card. Rookie Card für die Tampa Bay Lightning. Andrej Wazilewski. Und eine Retro Parallel für die Vancouver Canucks. Ryan Miller. Rookie Card für die Montreal Canadiens, Sven-Andrey Ghetto. Und wir haben eine Red Prism Parallel auf 135 für die Anaheim Docks, Ryan Getzlaff. Red Prism Parallel auf 135 für die Docks. Wir haben eine Retro Parallel für die Chicago Blackhawks, Duncan Keith. Und eine White Ice Parallel limitiert auf 199 für die Philadelphia Flyers, Wayne Simmons. Wir haben eine Rookie Card für die Columbus Blue Jackets, Marco Dano. Und wir haben eine Black Rainbow Ice Parallel Nummer 14 von 25 für die Anaheim Docks, William Carlson. Black Ice Rainbow Rookie Card, William Carlson auf 25. Wir haben eine Rookie Card für die New Jersey Devils, Damon Severson. Und eine Retro Red Rainbow Parallel für die Toronto Maple Leafs, Stuart Percy. Retro Red Rainbow Parallel, Stuart Percy für die Leafs. Wir haben eine Seismic Blue Parallel 13 von 65 für die Chicago Blackhawks, Patrick Kane. Patrick Kane, sehr schön. Rookie Card für die Chicago Blackhawks, Adam Clendenning. Und Retro Parallel für die Anaheim Docks, Corey Perry. Rookie Card für die Florida Panthers, Rocco Grimaldi. Nicht zu verwechseln mit Rocco dem anderen. Und eine Rainbow Parallel für die Tampa Bay Lightning, Valtteri Philpula. Last but not least. Und wir haben eine Rookie Card für die Calgary Flames. Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau. Johnny Haki. Und zum Schluss gibt es eine Trex Parallel für die Pittsburgh Penguins, Chris Lehtang. So far, so gut. Das war's mit Türchen Nummer 2. Wir sehen uns wieder morgen Abend. Ich denke in etwa um dieselbe Zeit. Grössenordnung 22 Uhr für Türchen Nummer 3. Ich bedanke mich für die Live-Zuschauer. Hat Spass gemacht, immer schöner mit Live-Publikum zu breaken. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss zusammen.